Jo Leute was geht ab am Start und herzlich Willkommen zu nem über krass geilen Video So ja und zwar zocke ich halt so nebenbei so ein Game und hab da halt so ein paar Leutechen gelernt Das sind welche aus Dänemark und hab jetzt mit denen geskypt und die können halt immer so ein bisschen Deutsch Irgendwie ne lustige Scheiße Und wenn man ganz normal mit denen redet dann labern die irgendeinen Bullshit der einfach so abgefuckt lustig ist Ihr wirst euch jetzt einfach mal geben du redest und er redet hier halt immer nach Und so also einmal Jacob und Christian ihr seid die besten Alter ohne Witz ihr seid so lustig Und Jungs ich würde sagen gönnt euch einfach gönnt euch Bewert nicht vergessen meine Freunde wenn ihr mehr davon wollt und jetzt gönnt euch dick Wie viele Bier wollen sie haben? Ah ich bin sehr böse Nein wie viele Bier möchten sie haben? Ja ja es war gut Blood chorus Was ist der Lord of a Million Alter der schreit grad so nach Tod? Ja das muss man es genug sagen Alter die ist so eine in der Klasse Mein Leben Alter Ja das muss man noch dazu sagen Ja und das hört sich ja nur so lustig an weil die Dänen sind Oh you said we were Danish Ich feier das richtig Alter Aber das ist nicht richtig nein Was? Das ist äh das ist nicht richtig Oh joo Nein 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 Das ist richtig Nein Doch das ist ein großer Bier David ist er wie Töne Töne Nein Nein Ich bin böse und knallend mit der Tür. Oh, Digga, ey, gib mir einen Kanzler. Ich bin auch eine Berliner. Geil. Ich bin ein Berliner. Ja, ich bin auch keine Berliner. Aber ich brauche zwei große Bier. Ja. Ja. Ja, das muss ich mir schon mal sagen. Ich lacht. Oh, fuck myself, Alter. Alter, ich kann nicht mehr. Ja, ich kann nicht mehr. Ja, du kannst nicht mehr. Ja, ich weiß, das war eins der eigentlich sogar unnötigsten Videos überhaupt. Aber ich finde das einfach so krass geil. Und ich muss das einfach aufnehmen. Tut mir leid, wenn ihr euch jetzt denkt, bist du für eine Missgeburt. Ohne Scheiß, Freunde. Ich habe das so abgefeiert. Ich bin immer noch am Grinsen wegen der Scheiß. Und werde jetzt gleich einfach wieder in die Skype-Confi joinen. Und schon mal danke fürs Zuschauen. Und wir sagen, wir joinen mal live rein. Okay. So. Jacob. Hallo. Sag, sag. Say what for YouTube. Say something. Ich war unter dir. Und da in der Hut da rein. Und da in der Hut da rein.